Wir sind extrem nass geschwitzt, es ist ja keine Kunst, die ganze Zeit im Auto, 36 Grad, teilweise in der Sonne, bis man an Bord ist, wobei ich muss sagen, es ging doch noch relativ schnell, als dann um 4 Uhr losging, war es doch zügig. Wir haben eine Innenkabine gebucht und es ist so ein doppelstöckiges Bett, erinnert so ein bisschen an Jugendherberge, das zeige ich euch dann später, aber ich wollte jetzt nicht in so einem Schlafsaal schlafen, auf so einer Liege, ich finde, es war nur noch eine Innenkabine frei und die kostet, glaube ich, 46 Euro. Es ist okay, eine Toilette drin, sogar eine Dusche, die zwei Betten. Dusche, Toilette und zwei süße Betten, die übereinander sind, mal sehen, wie wir schlafen werden. Die Nennen geht natürlich nach oben, allein schon gewichtsbedingt, damit ich ihr nicht auf den Kopf volle und ja, wir sind auf alle Fälle froh, dass wir jetzt auf der Fähre sind und bald in Mallorca. Jetzt sind wir auf der Fähre und alles hat geschlossen. Man kann nichts zu trinken kaufen. Und das Komische ist oder das nicht zu Erklärende ist, dass wir nicht wissen, ob es eventuell noch aufmacht oder nicht, weil keinerlei Informationen existieren. Wir wissen also nicht, ob das Ding heute noch aufmacht oder im Moment nicht, wo wir was zu trinken kaufen können, zu essen. Wir wollten jetzt einfach mal einen Tag noch abwarten, aber hier sind alle möglichen Lokale und alles ist zu und bleibt vielleicht auch zu. Vielleicht haben die auch Personalmangel. Wir müssen verdorsten das Mal früh, oder? Nein, eins hat offen, das extrem Teure. Das weißt du aber auch nicht, da saßen nur welche am Tisch, aber gestern waren die auch nicht. Genau, wieder hier am Tisch. Meine Damen und Herren, bitte, wir haben das Freude, dass Sie sich informieren. Smoking-Girl. Smoking in der Smoking-Area. So, die Nenna, uns was zu essen holen. Das Beste war der Move, dass ich mehr oder weniger die Erste war. Du hast wieder andere vorgelassen, ne? Nee. Du hättest als Erstes reingehen können. Nee, einer war vor mir, eine Familie war vor mir. Ja, weil du da gestanden hast die ganze Zeit. Ja, ich dachte, ich wusste nicht, ob wirklich offen ist. Wollte nicht so unverstanden. So, 28 Euro für ein... 50. 28 Euro für ein... Für das. Und das. Für ein... Aber wir wollen nicht plagen. Ein Plastiktubbel. Mit Plastikbecher. Und der Dressing. Das ist auch eine Plastikflasche. Dressing aus der Plastiktüte, ne? Ja. Olivenöl, ne? Olivenöl, ne? Krass, was soll das denn sein hier? Lasagne. Ah, okay. Da stand Mac and Cheese. Jetzt teilen wir uns, ne? Jetzt Mac and Cheese. Wir sind ja schon froh. Ja, sieht größer aus wie ich, ne? Das haben wir heute geschwitzt, ne? Ja. Und jetzt sind wir am Ausglühen. Oh, es war so heiß. Und ich zeige euch jetzt mal hier Hunde Klos. Aber die haben ihre Hunde überall Pipi machen lassen. Das ist der Hunde Klo. Aber irgendwie pinkeln die überall hin, ne? Die ganze Deck ist voller Pipi hier. Ja, aber ich habe eben schon gedacht, es muss irgendwas geben. Da. Dann kriegt man ja ein Küsschen, ne? Ja. Haben wir jetzt gerade einen Hund gesehen, der die Pipi von einem anderen aufgeleckt hat. Ja. Ja. Das passiert dann halt, ne? Ja. Wir haben jetzt mit Sicherheit auch in irgendeine Pipi getreten hier. Ja. Ja. So, wir machen jetzt mal eine Ruhmtour durch die Kabine. Also das ist hier so ein Klappbett, ne? Ja. So ein Jugendherbergebett. Etage. Etagere hier. Ja. 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 Was ganz interessant ist, wir haben hier eine Verbindungstür und dahinter ist einer die ganze Zeit am Quatschen. Es ist schon befremdlich, wenn da so fremde Menschen quatschen. Und dann haben wir hier ein Schimmel in der Bude. Ja. Na ja. Da hätte man ja wirklich mal sauber machen können, ne? Die Toilette. Dann hier ausspicken. Ich ziehe mich gar nicht aus. Ja. Sehr überschaubar. Das war jetzt schon. So, good morning in the morning. Good morning. Wir sind angekommen bzw. wir legen jetzt an und hoffen, dass wir noch unser Frühstück kriegen, was wir bezahlt haben. Aber ich glaube mal nicht, weil wir zu früh sind, ne? Mal gucken. Mal sehen. Wir müssen noch runter gehen, ne? Ja. Die Nacht war so semi gut. Okay. Aber okay, ne? Wir hatten so einen englischen Typen neben uns, der die ganze Nacht gequatscht hat. Also der hat nur telefoniert. Ich nehme mal an über WhatsApp. Und so laut. Und wir hatten so eine Kabine mit Verbindungstür. Da haben wir natürlich jedes Wort gehört. Ja. Bis ich mal an die Tür geklopft habe, hat gesagt, we want to sleep. So, wir sind auf Menorca. Deshalb gibt es jetzt noch Frühstück. Jetzt steigen erstmal die anderen aus. Und dann geht es weiter nach Menorca. Jetzt aber noch Zeit zum Frühstücken. Das Frühstück haben wir reserviert. Vorher für 6,90 Euro pro Person. Das sind ja jetzt Preise, die gehen echt, ne? Und was das ansonsten hier kostet, ne? Ist das eigentlich ein fairer Preis, ne? Ist ja auch okay. Na gut. Gut, noch ein bisschen. So, mit unserem Frühstück hat geklappt. War ganz lecker. Ja. Für 6,90 Euro, ne? Ja, überhaupt. Neue, gut. Ja, versprochene Schinken. Den gab es nicht. Genau. Aber... Gab es noch Marmelade. Genau. Marmelade, Croissant, Brötchen. Achso, habt ihr ja gesehen, ne? Und jetzt, ich gucke gerade nach. Ne, von da hinten schon. Da hinten sieht man schon die Umrisse von Mallorca. Wir haben uns gewundert, warum um 4.40 Uhr ein Bon ertönte und eine Durchsage. für die Kabinen. Das hatte den Hintergrund, dass wir zuerst auf Menorca angelegt haben. Und wir wussten gar nicht, dass die Fähre auch auf Menorca hält. Und jetzt sind wir halt von Menorca nach Mallorca unterwegs. Genau. Wir werden nachher in Alcudia stranden. Und dann suchen wir uns ein Hotel. Genau. Was ja hoffentlich gut klappen wird, ne? Irgendwo werden wir schon bleiben. Hotels gibt es ja wie Sand am Meer, aber... Ist die Frage zu welchem Preis, ne? Wir haben ja die Challenge. Kommen wir günstiger weg, wenn wir mit dem Auto und mit der Fähre fahren, als wenn wir jetzt über Reisebüro und Flug gebucht hätten mit Hotels. Und jetzt los! Wir sehen uns! Wir sehen uns. Also, wir sehen uns bei 다음, seit 20 Uhr. Wir sehen uns hier ein bisschen, wofür. Wir kriegen uns bei mir zu öffnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017